Es gibt die Apple Watch, es gibt die Android Wear Smartwatches, es gibt die Pebble und jetzt gibt es auch eine Alcatel Watch. Und das ist sie. Sie erinnert optisch ein bisschen an die Moto 360 und in Besonderheit, sie funktioniert mit beiden Systemen, iPhone und Android. Ja, was sie alles kann, das zeigen wir jetzt. Der erste Eindruck der Alcatel Watch ist eindeutig positiv. Das runde Metallgehäuse ist gut verarbeitet, das Display zeigt auf 240 x 204 Pixeln ein helles Bild mit strahlenden Farben an. Die drei mitgelieferten Designs für die Anzeige der Uhrzeit wirken klassisch minimalistisch, das Gehäuse ist zudem wasserdicht. Bei dieser Uhr haben die Designer von Alcatel gute Arbeit geleistet. Nur das Armband aus preiswertem Kunststoff wirkt beim Anlegen etwas steif, es kann zudem nicht gewechselt und nicht gekürzt werden. Die Uhr arbeitet mit iPhones und Android-Telefonen ab Android 4.3 zusammen. Die Einrichtung verläuft problemlos. Einfach die Alcatel Watch App aus dem jeweiligen Store laden und die Uhr manuell per Bluetooth koppeln. Auch einen NFC-Chip hat die Uhr versteckt im Armband. Entsprechend ausgerüstete Android-Telefone lassen sich so noch einfacher verbinden. Der eingebaute Fitness-Tracker fragt dann noch nach persönlichen Daten wie Alter und Gewicht. Fertig. Größtes Manko der Uhr, sie unterstützt keine Apps, sondern nur die vorinstallierten Funktionen. Und die sind Fitness, Fernsteuerung des Handys und Benachrichtigungen. Dazu klingt sich die Uhr ins Benachrichtigungssystem des Telefons ein. Kommen E-Mails oder SMS an, vibriert sie kurz, der Bildschirm bleibt jedoch dunkel. Erst bei einem Druck auf den schwarzen Balken zeigt die Uhr die Inhalte an. Komplett lesen lassen sich die Nachrichten dabei allerdings nicht. Auch bei Anrufen muss man zum Telefon greifen. Die Alcatel Watch macht zwar durch Vibrationen auf den Anruf aufmerksam, kann ihn aber, anders als die Apple Watch etwa, nicht selbst entgegennehmen. Der Pulsmesser auf der Unterseite funktionierte in unserem Test ordentlich. Er braucht zur Messung aber länger als vergleichbare Geräte. Eine App für Jogger ist dabei. Sie zeigt an, wie lange und wie weit man gelaufen ist und wie viele Schritte dazu nötig waren. Trainingspläne fehlen. Die Schlafanalyse muss manuell gestartet werden. Das Kalibrieren des eingebauten Kompass gelang auch nach mehreren Minuten nicht. Bei ihrer wichtigsten Funktion als Uhr ist die Alcatel Watch leider eine Enttäuschung. Der Bildschirm bleibt im Normalzustand komplett schwarz. Um die Zeit anzuzeigen, muss der Nutzer erst umständlich die Taste rechts am Gerät drücken. Laut Hersteller lässt sich die Uhr auch durch Schütteln des Arms aufwecken. Das klappte in unserem Test allerdings nur selten und erst nach heftigem Rütteln des Arms. Und selbst wenn es funktioniert, wer vorher im Menü gestöbert hat, bekommt dann erneut das Menü zu sehen und nicht die Uhrzeit. Die Akkulaufzeit lässt sich nach ersten Praxistests noch nicht genau abschätzen. In den ersten Tests zielt der Akku knapp zwei Tage durch. Das ist deutlich länger als bei der Apple Watch. Praktisch, ein USB-Stecker zum Aufladen ist im Armband versteckt. Gelungen ist auch die Anzeige der Wettervorhersage und die Fernauslösung der Handykamera per Uhr. Ein Bild sieht der Nutzer dabei allerdings nicht. Ja, das Fazit zur Alcatel Watch fällt für mich so ein bisschen ziespältig aus. Einerseits muss ich sagen, toll, die ist leicht, die ist günstig. Also ich will auch nicht 200 Euro plus für so eine Smartwatch ausgeben. Sie zeigt mir auch alle Benachrichtigungen an. Aber im Detail hakt es noch. Also bei den Benachrichtigungen, die werden eben nur durch Vibration ausgelöst sozusagen und nicht auf dem Bildschirm angezeigt. Und ja, diese Uhrzeitanzeige, die muss ich extra durch Schütteln wieder aufwecken. Das gefällt mir noch nicht so gut. Wenn Alcatel da nochmal im Detail nachbessert, dann könnte es eine gute preiswerte Alternative zum Beispiel Apple Watch sein. Adelt! Kassier